ich stehe wieder sehr schön okay jetzt mal noch mal gucken wo stehe ich denn hier ich stehe jetzt gerade vor einer tiefgarage okay zwar das handy noch mal das handy war noch mal halt hast du hoch dann habe ich hier rico einladung ist dabei bestätigen gast einladung aus spielen so mal gucken was muss man machen was wir müssen wir müssen wir müssen stoff organisieren das klima hin sollte gehen welche karne deine oder meine immer mal deine kommen hast du die echt gekauft gekauft habe ich sie nicht ich habe sie geklaut und peil sind daran gemacht und zeit durch sie mir aber irgendwie hat die was ja so unscheinbar wie sieht von ziemlich stylisch aus ich freue mich wenn du zu zweit spielst kannst du den cinema modus eigentlich ziemlich gut gebrauchen aber wenn du alleine oder wenn du bin wenn du selber fährst ist es absoluter horror die kamera so zu steuern die kabel so zu steuern in der ansicht naja das geht auch nicht okay das wäre hier ja hier in diesem scrap dingens na ich habe mich aber mal außen stehen und ich würde nicht reinfahren die sind glaube ich nicht freundlich gesinnt okay gut parkieren ja aber erst mal dass wir deckungstechnisch ein bisschen gut dabei sind willst du auf die andere seite ist auch nur obwohl du hast da deckung ne okay ich sehe da den einen typen hier stil das koks okay ja okay alles klar dass ich heute nicht das ne ich habe nur hier meine normale pistole warte mal dann verlaufe ich aber zur anderen seite rüber zur anderen seite vom tor ok jemand deckung wendt alles klar ja ich bin bereit habe ich hola die wald ja jetzt schieß ich mit der maus hier ob ich hier knallt einfach nur und fehlgeschlagen warum vielleicht dass du das koks in die luft gejagt kann das passieren ja das könnte sein wahrscheinlich war das koks im auto und wir hätten nur das auto geklauen müssen schneller neustart mit bild hoch kann man machen da kommt man nicht ewig in die lobby das ist jetzt blöd doof wir packten auch sein koks in so ein auto ne echt mal müssen wir jetzt noch mal rüber ja genau jetzt hierhin also habe ich keine munition mehr in der knarre aber ich habe noch in der schrotze habe ich noch die frage ist ob ich ohne ohne waffe reinkommen das glaube ich nicht ich kann es ja mal probieren schaden musste schleichen ok tut mir leid sorry nene meckert lehrung naja ich habe eine neue waffen freigeschaltet ja können wir machen ob da das wirklich neustartig krank wird er war das notre하는 ok ich bin drin ja grüne punkte das unser dinge ha 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 war das ganze um sicher unseren hier kein alles klar schön ins bein okay dann habe ich ja ja der fahrt ist auch weg da hinten ist noch einem hinter dem rover hinter den pinken hinter der kiste war ja achten muss das verdammte koks müsste in dem auto hier seine die umliegt das gleiche abs okay nehmen wir den ja dann liefere das koks ab nein nicht aussteigen nein kann ich wieder zurück wechseln schießt hier mit meiner pamp ein bisschen in der gegend rum ich mag ja wir müssen ja ich liebe diese dinge aber die habe ich schon in daisy habe ich die dinger geliebt in der mod meint ja in der mod damals noch da ist das teilen platten ach ist ein suv der packt das schon einer geht ja noch aber wenn es dann zwei sind ja aber wir müssen ja nicht weiter ich dachte eigentlich wir werden noch verfolgt oder sowas aber gut natürlich denn ich sie ja wir haben die alle erschossen ich nehme an die werden dann in die autos eingestiegen und hätten hier noch ein bisschen dran mal zusammen ich dachte nachträglich noch ach das ist hier bei dem typen wo du ganz am anfang schon den stoff abgeben muss genau richtig das ist ja san andreas irgendwie charakter wie irgendwas glaube ich heißt ja also sie ist aber auch schnuckelig aus naja danke mit einem kleinen kanten kanten bärtchen und deiner schicken fliege hatte keinen bock ewig den charakter zu erstellen man bekommt aber hier definitiv deutlich mehr geld als auf den konsolen ich weiß auf der ps3 wo ich das damals gespielt habe da bist du geld technisch kaum vorwärts gekommen okay überhaupt nicht also 4210 dollar ist schon mal nicht schlecht mein anzug kostet 1600 für so eine leichte mission absolut ja freier modus naja ist schon cooles spiel das macht schon laune ich muss mal die grafik ich muss mal gucken was ich noch raus kitzeln kann aus meiner grafikkarte ich dann auch was optimieren kann weil zurzeit bin ich noch auf standard unterwegs also ok und läuft nur sauber ja ohne probleme ich nehme eigentlich auch ziemlich gut auf also von dem her ok aber der shadow play das muss ich mal noch bei mir einrichten damit ich das mit was nimmst du gerade auch mit dextry achso ja shadow play nimmt halt absolut keine leistung ab noch konzert aufnehmen ohne probleme und dass irgendwas merkst davon ja aber die qualität hinterher ist naja wo bist du jetzt ich bin doch ein ladescreen ok ich bin schon wieder im spiel drin leider noch nicht haare schneiden kann auch ok sonst noch so ach waffen müsste ich kaufen genau munition müsste ich mal noch ein bisschen was haben ja genau da gibt es hier einen schönen so ich bin da sollte der regen aussieht da regen ist richtig cool alter die kultus weil das ist eigentlich ein drei jahre alte engine das ist wahrscheinlich gar nichts besonderes und ich finde das sonst wie cool ja ich finde das wirklich hübsch gemacht ne auf jeden fall wo geil ist denn du rum ich darf mir eine bessere panzer umkaufen neue masken masken brauche ich für den überfall auch noch das ist natürlich auch cool ja wir müssen uns mal ganz kurz du bist du denn ich bin nicht mehr bei dir auch vergleichen ding ist ja ich sehe dich nicht mehr recht mal wissen nicht mehr in der gleichen sitzung und oban zocker spieleinladung senden kann ich auch nur machen immer eine gesendet die müsste ich online müsste ich die wahrscheinlich so diese zum beenden man change krass da können wir bestimmt jetzt geht man kann ja richtig kraft überfälle machen werde kann man nicht richtig an zum tafeln plan das sind richtig dicke dinge aber da musst du dementsprechend levelt ja auch einige leute seien wo wirst du ich suche mir gerade eine karre jetzt hier ist meine dann wollen wir erstmal zum ammunition simon ruf mich an ist dass du da im auto ja das bist du ja man abonnenten markiert alles klar du kannst übrigens um das schnell zu machen mit ende wenn der m drückst kannst du bei gps mit den teilen tasten dir zum beispiel am nation oder irgendwas anderes auswählen unterdrücken und dann markierte die das ok nächster angenehm da braucht man nicht so eine karte und scrollen ein bisschen spieler geklasser deal na jetzt gehen wir das mal anzeigen munition muss ich noch haben also wenn wir nachher noch irgendwo am waffenladen vorbeifahren ja du bist gerade das ziel sogar tatsächlich kommen wir in einem pausen ja übel slack du kannst drei immobilien besitzen und das welchen klassischen chaos der ist tot ubi es ist vorbei ok da stand bei mir noch gefreut ist ein abonnenten so mein freund zeig mal her komm ich brauche eine waffe ach der verkauf mir jetzt nichts weil ich gesucht werde na toll ich will auch nichts böses machen mit der waffe ich werde nur gesucht ich habe doch gar nichts man bist du kommen die jetzt rein gleich ne ich denke nicht okay es ist gerade gar niemand in der nähe mp munition voll im ernst ok jetzt hat mich die geilen hier zwar alle rum aber es kommt keiner rein ich freue mich jetzt gerade und der stern verschwindet solange ich hier im oder draußen ball hat ein bisschen was rum oh jetzt hat er aber eine waffe in der hand wenn du im kampf modus bist oh jetzt wurde ich angeschossen und der schießt auch wir müssen los ok da lasst uns verschwinden zu mir später der stadt mit der pump da ich bin ja ich auch so rückwärts wieder in den laden rein rückwärts wieder in den laden rein